Wie war das für mich? 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 Da war ich ja schon volljährig. Da wurde ich nicht gemeinsam mit meiner Familie eingebürgert, sondern das war dann meine eigene Entscheidung. Beziehungsweise die Entscheidung hat sich aufgedrängt, weil ich im Studium war, sehr nah am Examen. Damals war es so, im Referendariat haben einige Bundesländer noch verbeamtet. Dann war die Frage, ob ich die freie Auswahl bei den Bundesländern, da müsste ich mich einbürgern oder ich schränke mich ein. Da war die Entscheidung, ich lasse mich einbürgern und dann habe ich keine Hindernisse in meiner Ausbildung. Das war die logische Entscheidung, einfach pagvatisch gedacht. Ja, natürlich. Am Flughafen war eine gewisse Spannung weg. Es ist einfach entspannter, wenn man mit einem deutschen Pass oder deutschen Personalausweis da steht und das vorlegt. Da wird weniger nachgefragt, mehr durchgewunken. Es ist eine gewisse Entspannung bei Reisen schon da. Und tatsächlich, abgesehen von diesen Situationen, wo man seinen Ausweis vorlegt und man als deutsche Staatsangehörige durchgelassen wird, im Alltag spielt meine Staatsangehörigkeit keine Rolle. Für die Menschen, die mich sehen, die mit mir kommunizieren, die mir begegnen, die sehen meine Hautfarbe und selbst wenn ich sage, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, werde ich trotzdem als Ausländerin identifiziert. Man versteht eben sozusagen im Gemeingebrauch als Ausländer unter dem Begriff was anderes, denke ich. Es geht nicht um die Staatsangehörigkeit, es geht um die Abstammung letztlich. Und die behalte ich und das ist das, was im Alltag dominiert. Und das merkt man schon immer wieder. Das Wahlrecht ist so ein Punkt, wo ich jedes Mal denke, wo ich jedes Mal, wenn ich wählen darf oder an der Wahl teilnehme, schon sehr ehrfürchtig bin. Und auch wie großartig das ist, in einem Land zu leben, wo diese Möglichkeit besteht. Auch wenn ich als Wahlhelferin gearbeitet habe, dass ich in diesem Raum sitze und den Wahlvorgang als normale Bürgerin kontrolliere und mitschaue, ob das denn alles in Ordnung gelaufen ist, ob alle Stimmsättel da sind, ob das reibungslos gelaufen ist und da eben auch als Bürgerin mit eingeladen werde, ohne eine bestimmte Funktion. Ja, das ist schon für mich, wenn ich so melodramatisch klinge, aber es sind schon besondere Momente. Also ich komme ja aus einer Gesellschaft, wo das nicht selbstverständlich ist, wo das vielen Menschen verwehrt ist. Und ja, das ist schon was Besonderes und nicht Selbstverständliches. Sprache ist sehr wichtig, sollte aber nicht Ausschlusskriterium sein für Menschen, die sie eben nicht erwärmen können. Also momentan haben wir ja krankheitsbedingt. Wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen einen Kurs nicht machen können oder kognitive Defizite haben, dann haben wir Ausnahmekriterien. Aber zum Beispiel Menschen, die in ihrem Heimatland nie Lesen und Schreiben gelernt haben, für die ist es eine große Bürde und sie hingeln sich von Sprachkurs zu Sprachkurs und nette LehrerInnen tragen sie dann mit, obwohl sie sehen, dass da wenig hängen bleibt, weil sie eben als Analphabeten nicht lesen und schreiben können und so weiter. Und da finde ich, sollten wir schon auch andere Wege finden, weil da rennen wir in eine Sackgaste hinein, die keinem was bringt. Aber gerne den Menschen, die das können, auch die Möglichkeiten eröffnen natürlich und auch kommunizieren, dass es wichtig ist. Lange Zeit wusste ich gar nicht, dass ich zwei Staatsangehörigkeiten hatte. Also ich habe gedacht, ich nehme jetzt die Deutsche an und habe dann die Deutsche angenommen und habe viel später erfahren, dass Eritrea gar nicht aus der Staatsangehörigkeit entlässt. Ich hatte nie einen Eritreischen Pass, deshalb kam ich nie in die Situation, einen Pass zurückgeben zu müssen, dann hätte ich es erfahren wahrscheinlich, dass es nicht geht. Aber in dieser Situation, dadurch, dass ich den Flüchtlingspass hatte, war ich gar nicht in der Situation, habe erst später erfahren, dass ich ja auch die Eritreische habe und ohne mein Zutun kann auch nicht zurückgeben. Es ist ein Faktum einfach und von daher, das ist jetzt so, aber es ändert an mir und meiner Zugehörigkeit in keinster Weise etwas. Ich denke da wirklich nicht in Kategorien von Staatsangehörigkeiten und Staaten. Also mich prägt natürlich die Eritreische Kultur, dadurch, dass ich einfach auch in einem Eritreischen Haushalt aufgewachsen bin. Genauso die deutsche Kultur, weil ich hier aufgewachsen bin und hier sozialisiert wurde. Ja, aber mich prägt genauso vieles andere, die westliche Kultur, Hip-Hop-Musik. Also da spielen Staatsangehörigkeiten da weniger eine Rolle. Und wenn ich das jetzt in Kategorien von Staatsangehörigkeiten pressen würde, fühlt es sich für mich zu eingeengt an. Also weder die Eritreische noch die Deutsche vermag auszudrücken, wer ich bin. Letztlich steckt ja hinter dieser Forderung nach einer Staatsangehörigkeit oder restriktiver Handhabung der Wunsch, dass man hundert Prozent auf einer Seite ist. Dass klar ist, ich bin Eritreerin oder ich bin Deutsche. Dass da keine Zwischenräume entstehen. Aber die gibt's. Die gibt's einfach. Von daher, finde ich, müssen wir uns einfach von dieser Idee trennen, dass es auf der einen Seite die Menschen gibt, die hundertprozentig mit Papier, mit Abstammung, mit allem Deutsch sind. Und dann andere, die eben nicht Deutsch sind. Weil die Menschen, die dazwischen sind, werden immer mehr und irgendwann auch die Mehrheit. Egal von welcher Seite sie kommen. Selbst wenn sie von der deutschen Seite kommen, haben wir so viele, die dann mit den Eltern im Ausland waren und dort zur Schule gegangen sind und zurückkommen. Also da ist so viel Bewegung drin. Sodass ich gar nicht so darauf abstellen würde, wer jetzt welche Vorteile hat oder so, sondern würde einfach sagen, lass uns entspannter damit umgehen. Also die Menschen haben in diesen heutigen Zeiten verschiedene Identitäten. Und die werden sie auch nicht mit den Papieren ablegen. mit dem Das ist so viel Energie. Man muss sie nicht mit dem manögen. Die sind. Es dauern. Das ist so viel Energie. Das ist so viel Energie. Das ist hinten dritt. Ich möchte, dass das ist vielleicht immer mehrели kalt. Vielen Dank.